Springen wir nun in die Applikation und schauen uns an, wie jetzt die Familie, die wir im Hintergrund sehen, eine Wohnung suchen würde. Diese suchen gerade eine Wohnung zu kaufen in Berlin und das sind natürlich nicht alle Kriterien, die sie haben. Der Mann möchte gerne möglichst schnell zur Arbeit kommen, das ist in dem Fall bei PwC in Berlin. Das können wir hier einfach hinzufügen und können jetzt auch sehen, dass Area 1 im Hintergrund eine Immobilie gefunden hat, die möglichst nah an diesem Alltagsziel dran ist. Können jetzt auch noch weitere Alltagsziele hinzufügen natürlich. Auch haben sie gerade ein Kind bekommen, Kindergärten in der Nähe sind also wichtig. Wir können jetzt auch noch die Details spezifizieren, speichern das ab. Außerdem möchten sie möglichst umweltfreundlich zur Arbeit kommen, haben sich ein Elektroauto gekauft und da sollte die Station natürlich auch möglichst nah, fußläufig in der Nähe der Wohnung sein. Wir können das Ganze jetzt auch noch einmal verifizieren, ob Area 1 wirklich eine Wohnung gefunden hat, wo diese Parameter alle gegeben sind. Wir sehen ganz klar, die Kindergärten sind in der Nähe und auch eine Ladestation ist direkt um die Ecke. Jetzt haben wir uns weiterleiten lassen auf die erste Immobilie, in dem Fall von Immostar und könnten jetzt hier eine Kontaktanfrage starten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.